Der Verbindungsoffizier Crypto City, Fort Meade, Maryland, USA 21.07.2016 Mendoza hatte First Sergeant Collins informiert. Collins war sein Vorgesetzter und nicht gut auf Mendoza zu sprechen. Mendoza war faul, das war die Meinung Collins über seinen Mitarbeiter. Aber er war ihm von weiter oben zugeteilt worden und weil Collins auf seine Karriere achtete, war es ihm unmöglich, Mendoza zu entlassen. Collins hatte Mendoza sofort zu sich beordert und wenige Minuten später stand Mendoza in seinem Büro. Er hatte sich notdürftig über Kritschow und seine Vergangenheit informiert und legte Collins seinen Bericht vor. Er wies Collins darauf hin, dass in Frankfurt ein Architekt mit russischen Vorfahren auf seinem Computer Dateien hatte, die die Rezeptoren in der Nacht identifiziert hatten. Haben Sie alle Anweisungen durchgeführt? fragte Collins nach. Ja, Chef, ich habe Robot installiert und eine neue Abfrage gestartet. Innerhalb der nächsten Stunden sollten die Informationen bei uns sein. Sofern die Dateien dies rechtfertigen, würde ich den Datenbestand zu uns herunterladen. Dann können wir die Informationen hier in Ruhe untersuchen. Was heißt hier Ruhe? schnauzte Collins hin an. Wenn die Rezeptoren diese Art von Codewörtern identifiziert haben, besteht höchste Eile. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir innerhalb der nächsten 30 Minuten einen vollständigen Bericht über die Dateien erstatten. Aber der Download wird länger dauern, entgegte der Mendoza. Den Download können Sie ja wohl parallel zu Ihrem Bericht laufen lassen, oder? Sehen Sie zu, dass Sie an die Arbeit kommen, erwiderte Collins. Und beeilen Sie sich, wir müssen heute noch Meldung nach oben machen. Yes, Sir. Mendoza stand stramm und verließ das Büro seines Chefs. Er war ärgerlich. Es war schon später Nachmittag und er hatte sich auf seinen Feierabend gefreut. Außerdem wollte er heute früher ins Bett. Er hatte Kopfschmerzen und jetzt sah so aus, als er bei deutlich länger im Büro bleiben müsste, als ihm lieb war. Was für ein Job. Eine Stunde später klopfte Mendoza wieder an die Bürotür seines Chefs. Er hatte die ersten Dateien von Christchoffs Rechner heruntergeladen und notdürftig seinen ersten Bericht um die neuen Infos erweitert. Irgendetwas stimmt da nicht, sagte er. Das glaube ich allerdings auch, herrschte Collins an. Geben Sie schon her. Ich rufe Sie, wenn ich Sie wieder brauche. Mendoza zog die Tür hinter sich zu und ging zurück zu seinem Arbeitsplatz. Er nahm den Hörer des Telephons ab und wählte die Nummer seiner Frau. Er würde heute später kommen. Collins nahm den Bericht an sich und fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Er verließ das Gebäude, ging über den Innenhof zu Trakt A und meldete sich am Empfang, um sich zu identifizieren. Käpt'n Emerson war sein unmittelbarer Vorgesetzter und er war es, der Mendoza zugewiesen hatte. Emerson und er kannten sich von der Militärakademie. Emerson hatte als Jahrgangsbester abgeschlossen. Er war gut aussehend, sportlich, hochintelligent und sehr karrierebewusst. Außerdem verfügt er über ein sehr gutes Netzwerk innerhalb der NSA, da sein Vater bereits im Generalstab war und Emerson schon in jungen Jahren mit den richtigen Leuten zusammengebracht hatte. Collins hingegen kam aus einfachen Verhältnissen. Er hatte ein Stipendium an einer privaten Universität bekommen, war dann aber wegen eines Drogendelikts abgelehnt worden. Die einzige Möglichkeit für ihn, noch eine akademische Laufbahn einzuschlagen, war die Militärakademie. Er bewarb sich, bekam eine Zusage und schrieb sich ein. Er absolvierte mit eher mäßigem Ergebnis. Während Collins einige Zeit in Afghanistan und später im Irak-Krieg gewesen war, arbeitete Emerson zielstrebig an seinem Fortkommen innerhalb der NSA. Es zeichnete sich bereits ab, dass Emerson Collins auf der Karriereleite hinter sich lassen würde und obwohl beide während des Studiums gute Freunde waren, kühlte sich ihr Verhältnis mehr und mehr ab. Sie begrüßten sich kurz, erkundigten sich nach dem Wohlergehen ihrer Familien und dann kam Collins zum Thema. Er übergab Emerson den Bericht, den er mit handschriftlichen Vermerken ergänzt hatte, versichtete ihm seine grundsätzliche Wertschätzung und verließ wieder das Büro von Emerson. Er war froh, wieder draußen zu sein. Die Gegenwart seines ehemaligen Freundes war ihm unangenehm und gerne reduzierte er den Kontakt zu ihm auf die dienstlichen Notwendigkeiten. So nahm der Bericht von Private Mendoza seinen Lauf durch die Hierarchien bis ganz nach oben. Jeder, der den Bericht in den Händen hatte, ergänzte ihn durch kürzere oder längere, zumeist wichtig-tuerische Anmerkungen, sodass der Bericht schließlich auf eine stattliche Anzahl von Seiten anschwoll. Die ranghöchsten Dienstgrade der NSA wurden regelmäßig aus allen Abteilungen über derartige Neuigkeiten informiert und der Bericht Mendozas wäre wahrscheinlich in der schieren Menge untergegangen, wenn nicht Miss Crowley, eine der Sekretärinnen des zuständigen Generalstabs, aufgefallen wäre, dass es sich hier nicht um einen der üblichen Texte handelte, die vielleicht ein Tourist oder dann und wann auch ein Terrorist über den Nahen Osten verfasst hatte, sondern dass es hier um ein Thema ging, das sich ausschließlich mit Texten aus der Bibel beschäftigte und augenscheinlich nur zufällig eine Schnittstelle bildete, die die Rezeptoren nicht unterschieden hatten, weil sie hierauf nicht programmiert waren. Crowley war nicht immer Sekretärin gewesen. In ihrem früheren Leben war sie beim CIA und neben den normalen, zumeist geheimen Einsätzen im In- und Ausland auch bei der ein oder anderen False-Flag-Operation eingesetzt worden. Später arbeitete sie dann als sogenannte Honigbiene. Das bedeutete, dass sie als Liebschaft auf Zielpersonen angesetzt wurde, um diese anschließend erpressbar zu machen, beziehungsweise sie einfacher für die Zuarbeit zu den Stellen des amerikanischen Geheimdienstes begeistern zu können. Sie war dazu ausgebildet worden, den Kontakt zu den Zielpersonen herzustellen, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie in eine Affäre zu verwickeln. Mit versteckten Kameras wurden die beiden dann fotografiert und einige Monate später wurde die Zielperson mit dem Ergebnis konfrontiert. Anschließend wurde sie vor die Wahl gestellt, entweder ihre Karriere in Politik oder Wirtschaft beendet zu sehen oder für ihre neuen Herren zu arbeiten. Die Dienste der Zielpersonen wurden nicht sofort in Anspruch genommen, aber es wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass dies jederzeit geschehen könne. Solange sie sich willig in dieses neue System einfügten, würde ihnen nichts geschehen. Sollten sie sich aber weigern, würden die Fotos veröffentlicht und zumindest ihre Karriere wäre damit beendet. Auch an Crowley waren die Jahre und der anstrengende Dienst nicht spurlos vorübergegangen und schließlich bot man ihr einen ruhigeren Job im Innendienst bei der NSA an. Sie akzeptierte und war nun seit fünf Jahren im Büro des obersten Stabschefs im Sekretariat beschäftigt. Sie war froh, die aufregenden Jahre hinter sich zu haben und führte das Leben einer berufstätigen amerikanischen Frau mittleren Alters mit dem kleinen Unterschied, dass sie unverheiratet war. Vor wenigen Monaten hatte ihr ehemaliger Verbindungsoffizier wieder Kontakt zu ihr aufgenommen und sie freute sich wieder von ihm zu hören. Man traf sich in einer Bar, plauderte über die Vergangenheit und war sich sympathisch. Ihr Verbindungsoffizier hörte sehr schnell heraus, dass Crowley sich in ihrem jetzigen Job nicht unwohl fühlte, aber er brauchte ihre Unterstützung, und zwar schnell, hielt sich aber dennoch klug zurück, ihr jetzt schon reinen Wein einzuschenken. Erst einige Monate später deutete er an, dass man alte Seilschaften ja nicht unbedingt aufgeben müsse. Alte Liebe rostet nicht, meinte er, und lächelte sie gewinnend an. Sie hatte sofort verstanden. Später verabschiedete er sich dann von ihr mit den Worten, dass er sich in den nächsten Monaten sicherlich mal wieder blicken ließe. Sie antwortete lax, dass sie das doch stark hoffen wolle, obwohl ihr in ihrem Inneren nicht unbedingt danach zumute war. Sie lächelten einander kurz an, und man verabschiedete sich. Es dauerte nur wenige Wochen, und ihr Verbindungsoffizier rief erneut an und bat sie um einen kurzfristigen Termin. Man traf sich in einem Café in der Stadt, und nach einem kurzen, einleitenden Smalltalk kam er zum Thema. Er eröffnete ihr in dürren Worten, dass hinter der amerikanischen Regierung weitere Kreise existierten, die die Vereinigten Staaten und im Übrigen auch die ganze Welt maßgeblich beeinflussen konnten. Diese Leute trauten den Sicherheitsdiensten der Vereinigten Staaten nicht und hatten ihre eigenen Strukturen aufgebaut, die der eine oder andere Verschwörungstheoretiker Deep State nannte. Sie suchten immer nach Möglichkeiten, Maulwürfe in den Reihen der offiziellen oder auch halboffiziellen, immer aber staatlichen Dienste zu installieren. Wichtige Informationen, die innerhalb der NSA, des CIA, des FBI oder im Pentagon kursierten, sollten zumindest zeitgleich auch bei ihnen vorliegen. Einige wenige Informationen sollten ausschließlich und allein bei ihnen vorliegen, und wer war dazu besser geeignet als eine Sekretärin, die den gesamten Schriftwechsel des obersten Generalstabs der NSA koordinierte und die Vergangenheit von Crowley hatte. Crowley war tatsächlich mit den Techniken und Vorgehensweisen der Dienste bestens vertraut. Ihr Verbindungsoffizier überreichte ihr ein abhörsicheres Handy und wies sie in ihren Auftrag ein. Crowley staunt nicht schlecht, als er ihr die Details erläuterte. Natürlich ging es um die politische Großwetterlage. Informationen aus dem Nahen Osten, aus islamisch geprägten Ländern, aus der Türkei, aus Syrien und insbesondere auch aus Russland und aus den BRICS-Staaten waren von größter Wichtigkeit. Erst langsam ließ ihr Verbindungsoffizier die Katze aus dem Sack. Sollten beispielsweise Kommentare, Auslegungen, Wertungen des Koran oder auch der Bibel in Rezeptoren gefunden werden, seien diese von größter Wichtigkeit. Dies war Crowley noch nachvollziehbar, weil der islamische Terrorismus weite Teile der Welt erreicht hatte, aber ihr Verbindungsoffizier legte die Betonung nicht auf den Koran, sondern erstaunlicherweise auf die Bibel. Crowley musste schmunzeln. Sie verstand nicht, was er meinte. Die Bibel war doch ein verstaubtes, altmodisches Buch. Niemand nahm die Bibel tatsächlich ernst. In den Universitäten und Schulen wurde sie diffamiert. Die Medien brachten regelmäßig und auftragsgemäß Beiträge, die die Fehlerhaftigkeit der Bibel belegen sollten. Christen wurden regelmäßig als Spinner dargestellt und biblische Inhalte stets mit einem gewissen spöttischen Unterton zitiert. Die Breite der Bevölkerung nahm die Bibel doch überhaupt nicht ernst. Und auch viele Christen betrachteten die Bibel lediglich als Trostbüchlein. Wenn etwas ungefährlich war, dann war es doch die Bibel. Warum also legte ihr Verbindungsoffizier so viel Nachdruck auf diesen Teil ihres Auftrags? Sie fragte nach. Was finden Sie an der Bibel so wichtig? Ihr Verbindungsoffizier wurde ernst. Auch wenn viele die Bibel nicht ernst nehmen, begann er, ist sie in den Augen der Mächtigen immerhin ein gewaltiges Schriftwerk, das viel Weisheit enthält. Crowley staunte. Sie hätte nicht erwartet, dass an der Spitze der wirklich Mächtigen die Bibel derart respektiert wurde. Ihr Verbindungsoffizier fuhr fort. Es gibt einige Stellen innerhalb der Bibel, die bis heute ungeklärt sind. Seit 1998 wurde die westliche theologische Elite von unseren Diensten damit beauftragt, diverse Aussagen der Bibel zu untersuchen und zu deuten. Es ging darum festzustellen, ob Aussagen der Bibel im heutigen gesamtpolitischen Umfeld relevant sind. Crowley war echt geplättet. So etwas hatte sie ja noch nie gehört. Das war ja fast wie im Film. Konnte es sein, dass die Bibel in diesen Kreisen ernster genommen wurde, als sich die Normalbevölkerung das vorstellen konnte? Sie war hellwach. Crowley erkundigte sich nach dem Ergebnis. Die Ausbeute war sehr mager. Viele der zum Teil hochdekorierten Theologen sonnten sich in Selbstgefälligkeiten und meinten, zu einem oder anderen Bibelstelle maßgebliches beitragen zu können. Aber sie bewegten sich alle im Mainstream dessen, was wir längst auch wussten. Es war enttäuschend. Den Stand der theologischen Forschung kann man durchaus als inzüchtig bezeichnen. Einer schrieb vom anderen ab. Einer zitiert den anderen. Aber Neues kam nicht heraus. Es wurden und werden die immer gleichen Auslegungen wiederholt und unsere Spezialisten merkten sehr schnell, dass die Interpretationen, und mehr als Interpretation ist es leider nicht, dieser Theologen zum Teil widersprüchlich sind und zum Teil einfach intellektuell schwach. Für den normalen Gemeindedienst vielleicht geeignet, aber nicht für unsere Zwecke brauchbar. Nachdem die Ergebnisse so wenig befriedigend waren, haben unsere Leute, und das sind teilweise die gleichen, die auch die Rezeptoren für Google, Twitter, Facebook etc. programmiert haben, Algorithmen für die Bibel programmiert. Wir haben die Analysen und Aussagen der Theologen zur Endzeit in diese Software eingespielt und prüfen lassen. Und? fragte Crowley mit großen Augen nach. Die diversen Auslegungen und Theorien sind leider widersprüchlich und zum Teil ganz einfach falsch. Die meisten können nicht wahr sein, weil sie der Homogenität der Bibel in ihren Aussagen nicht Genüge leisten. Was? War jetzt die Software oder die Bibel der Maßstab? Hatte sie richtig gehört? War die Bibel der Maßstab der Mächtigen? Ganz offensichtlich traute man diesen alten Texten sehr viel mehr zu, als sie bislang gedacht hatte. Sie erwiderte ihrem Verbindungsoffizier, dass sie die Bibel für reine Fiktion halte. Für etwas, das vielleicht für die Kindertaufe, die Eheschließung oder auch die Beerdigung taugt, aber mehr doch nicht. Sie lächelte hilflos. Ihr Verbindungsoffizier fuhr fort. Sie dürfen die Bibel nicht unterschätzen. Dieses Buch oder eigentlich müssten wir sagen, diese Bibliothek von 66 oder je nach Lesart der Psalmen von 70 Büchern, wurde nicht nur von einfachen Leuten, Fischern, Hirten oder Handwerkern geschrieben. Große Teile wurden von König David geschrieben, andere von König Salomo. Das waren besondere Leute. Leute, die es mit dem Intellekt der Besten unserer Zeit ohne weiteres aufnehmen könnten. Und nicht zuletzt Jesus selbst. Jesus? Crowley war total überfordert. Saß jetzt ein Pfarrer vor ihr oder ein Verbindungsoffizier des Geheimdienstes der Vereinigten Staaten von Amerika? Sie war total verwirrt. Der Mann wollte doch nicht etwas sagen, dass die Weltgeschichte, und zwar Vergangenheit und Zukunft, in diesem Buch beschrieben war? Sie kannte sich eigentlich als einen streng rationalen Menschen, der sich Gefühle nicht leisten konnte und wollte. Sie war gewohnt zu kämpfen, sich zu verstellen, ja sogar zu morden. Sie hatte viele Männer verführt um sie für die Zwecke ihres Auftraggebers verfügbar zu machen. Ihr Leben war hart, aber sie hat es überlebt. She ate it up and spit it out. Klar, ihr jetziger Job füllte sie nicht unbedingt aus. Und sie fühlte sich immer häufiger unterfordert. Aber das hier, das war eine andere Welt. Für sie klang das alles ziemlich überzogen und abgehoben. Und sie machte keinen Hehl aus ihrer Meinung. Sie müssen wissen, fuhr ihr Verbindungsmann fort, dass die Geheimdienste der Vereinigten Staaten von Amerika der spirituellen Welt gegenüber sehr offen sind. Um Führungsmacht in der Welt zu sein und zu bleiben, bedarf es nicht nur der Informationstechnologie und des militärischen Vorsprungs. Es bedarf auch der Intelligenz der führenden Leute. Und es bedarf noch mehr. Es bedarf der Spiritualität der führenden Leute. Es wurden viele Experimente der Geheimdienste an Menschen durchgeführt, die sich zum Teil darüber überhaupt nicht bewusst waren. Es führt zu weit, dies jetzt im Detail aufzuzählen. Aber es gab durchaus Versuche mittels Gedankenübertragung, Seelenwanderung oder auch mittels okkulter Praktiken, Techniken zu entwickeln, die uns unseren Gegnern überlegen machen sollten. Es gab und es gibt für uns keine Grenzen. Alles wird erforscht. Angefangen bei der Atombombe, der Wasserstoffbombe, der Neutronenbombe, dem Krieg der Sterne, über biologische und chemische Kampfmittel, Viren, Drohnen, Androiden, Rods of God und so weiter, bis hin zu spirituellen Kampfmethoden. Sie wissen doch selbst, ein Kämpfer, der Wut hat, ist viel stärker als einer, der emotionslos kämpft. Die Emotion, die Empathie, die Spiritualität, manchmal das Okkulte, eröffnen uns Möglichkeiten, die uns den Vorsprung geben, gegenüber anderen Staaten und Regierungen. Dies garantiert unsere Vormachtstellung in der Welt. Wir könnten den Bogen noch sehr viel weiter spannen. Vielleicht wissen Sie auch von den ein oder anderen geheimen und vielleicht abstrus klingenden Experimenten, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Sehen Sie, in diesem weiten Feld ist die Bibel mit ihren Aussagen ein nicht zu unterschätzender Fundus. Und der Koran? Im Koran finden wir bislang nichts, was von Interesse für uns wäre. Sehen Sie, wir haben in den letzten Jahrzehnten die wichtigsten theologischen Führer der westlichen Welt gebeten, uns in unseren geheimen Untersuchungen beim Verstehen der Bibel weiterzuhelfen. Die Bibel spricht davon, dass Menschen, die Christen sind, Gottes Geist in sich tragen. Hiervon hatten wir uns viel versprochen. Als wir einige von ihnen auf Weissagung und Gottes Geist ansprachen, ergingen sie sich in irgendwelchen theoretischen Aussagen, aber auch das blieb ohne belastbares Ergebnis. Es war ganz schön peinlich, das zu sehen. Wir haben dann Pastoren und Prediger aus charismatischen Gemeinden um Unterstützung gebeten, weil wir dachten, dass sie in dem Thema wegen ihrer Schwerpunktverschiebung hin zu prophetischen Techniken erfahrener sein könnten als ihre akademischen Kollegen. Okay, und? Das meiste war hokus pokus. Wir haben die Phänomene studiert, analysiert, strukturiert, aufbereitet, wissenschaftlich und nach allen möglichen Regeln der Kunst untersucht. Manches war einfach Angeberei, manches war Heuchelei, manches war Gruppendynamik, manches war okkult. Aber echte Weissagung, die uns beim Verständnis der Bibel und ihren Texten weitergeholfen hätte, das haben wir bis heute nicht gefunden. Das empfinden wir als sehr ernüchternd. Aber es geht uns fast so wie Belsatza, der die Schrift an der Wand nicht lesen konnte, bis Daniel kam und sie deutete. Verstehen Sie, ich bin nicht religiös, uns geht es nur um eins, die Bewahrung des geopolitischen Status quo, also unseren Machterhalt. Trotzdem, Sie und ich wissen aus der Sonntagsschule, dass auch Herr Rodes aus reinen Machtgründen versucht hat, von den Schriftgelehrten seiner Zeit zu profitieren. Die wussten immerhin, wo Jesus geboren werden sollte. Und so etwas suchen wir auch. Es verschaffte Herr Rodes einen gewissen Vorteil, auch wenn der Kindermord ihm nicht wirklich genützt hat. Sehen Sie, das, was wir tun, hat es damals auch schon gegeben. Wir tun heute das Gleiche. Und dazu brauchen wir unter anderem Sie. Wenn Sie also etwas sehen, was in diese Kategorie zu passen scheint, informieren Sie mich bitte sofort. Es soll nicht Ihr Schaden sein. Sie verstehen, was ich meine. Ich glaube, ich brauche nicht zu fragen, an wen die Informationen weitergeleitet werden, nicht wahr? Richtig. Wir haben übrigens für Sie ein Nummernkonto in Hongkong eingerichtet. Zurzeit befinden sich 100.000 Dollar auf diesem Konto. Das ist der Code und die Telefonnummer der Bank. Er schob ihr einen Zettel zu, auf dem handschriftlich eine Reihe von Zahlen und Buchstaben notiert war. Tragen Sie diesen Code niemals in Ihr Outlook oder in irgendeine Datei auf Ihrem Computer ein. Bewahren Sie diesen Zettel an einem sicheren Ort auf. Es gibt nur diese eine Version. Wenn Sie den Zettel verlieren, ist das Geld weg. Für jede Information, die Sie uns zukommen lassen, erhalten Sie weitere 100.000 Dollar. Wenn die Informationen uns maßgeblich voranbringen, stocken wir bis zu 300.000 Dollar pro Information auf. Geben Sie mir ein Signal über das Gerät, das ich Ihnen ausgehändigt habe. Zeigen Sie es niemandem. Den Rest kennen Sie ja. Ich muss jetzt gehen. Es hat mich gefreut, Sie wiederzusehen. Ohne ein weiteres Wort erhob er sich und verließ das Lokal. Crowley blieb mit dem Zettel und dem Handy zurück. Sie war vollkommen verwirrt. Sie stand auf und wollte zahlen, aber die Rechnung war schon beglichen. Sie verließ das Lokal, setzte sich in ihr Auto und fuhr nach Hause. In dieser Nacht konnte sie nicht schlafen.